Ich bin Michael Wiesinger, das sehen Sie ja schon, ich schaue erstmal anders aus, ich bin vielleicht auch einen Tick jünger, aber es ist doch klar, dass ich an so eine Sache rangehe, ich habe ja den Weg auch verfolgt. Abschauen ist vielleicht ein falscher Begriff, wir hatten viele intensive Gespräche über Fußball, wir hatten einen sehr intensiven Meinungsaustausch, ich habe das Gefühl gehabt, ein U23 hier Trainer zu sein, der stark eingebunden ist. Aus diesen Dingen habe ich mir viel herausgenommen, so würde ich es eher bewerten und von daher weiß ich natürlich, dass der Lieder Hecking hier eine gewisse Richtung eingeschlagen hat, dass er wie gesagt die Mannschaft stabil hinterlassen hat, wir stehen ja nicht mit dem Rücken zur Wand, das ist ein ganz, ganz feiner Unterschied. Und von daher werde ich natürlich zusammen mit Armin gewisse Dinge auch so angehen, aber nochmal, ich bin eine eigene Persönlichkeit, ich habe eigene Vorstellungen und es wird darum gehen, Rosen in die Mannschaft reinzubringen und vielleicht dadurch auch den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.